Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Session. Wir haben heute ein Ganzkörper-Pilates-Training am Start. Wir arbeiten am Rumpf, an den Beinen, am Oberkörper, alles komplett durch. Wenn euch das Video gefällt, ein Like wäre super. Abonnieren des Kanals noch besser. Viel Spass und let's go! Bein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.